Ich bin heute Morgen früh aufgestanden. Ich kaufe ein Brezel aus der Bäckerei. Ich kaufe ein Brezel aus der Bäckerei an der Ecke. Ich werde zu Fuß zur Arbeit gehen. Ich werde zu Fuß zur Arbeit gehen. Das Boot fährt unter der Brücke hindurch. Ich werde zu Fuß zur Arbeit gehen. Das rote Boot ist an der Brücke vorbeigefahren. Das rote Boot ist an der Brücke vorbeigefahren. Zwei Boote fahren hintereinander. Zwei Boote fahren hintereinander. Ich werde zu Fuß zur Arbeit gehen. Zwei Jugendliche unterhalten sich auf der Brücke. Zwei Jugendliche unterhalten sich auf der Brücke. Zwei Jugendliche unterhalten sich auf der Brücke. Eine Familie geht über die Brücke. Eine Familie geht über die Brücke. Zwei Jugendliche unterhalten sich auf der Brücke. Drei Leute sitzen am Kanal und ruhen sich aus. Drei Leute sitzen am Kanal und ruhen sich aus. Drei Leute sitzen am Kanal und ruhen sich auf der Brücke. Drei Leute sitzen am Kanal und ruhen sich auf der Brücke. Drei Leute sitzen am Kanal und ruhen sich auf der Brücke. Drei Leute sitzen am Kanal und ruhen sich auf der Brücke. Das Auto hat auf der Brücke angehalten. Das Auto hat auf der Brücke angehalten. Das Auto hat auf der Brücke angehalten. Tourist reich berit, Tourist lerig ist dirjosh. Der Reiseführer begleitet die Touristen. Der Reiseführer begleitet die Touristen. Heute nimmt man nach der Brücke. Vielen Dank. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.